Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Ich möchte heute ein kurzes Video machen und zwar hatte ich heute eine Blockadenlösung und da war das von der Kundin nochmal so, so wertvoll. Sie hat mir nochmal ganz kurz berichtet, wie viel Mut ihr das gibt, weil sie meinen lebensleidensschmerzhaften Weg weiß, was ich alles durchgemacht habe und dass ihr das einfach Mut gibt, auch wenn sie Phasen hat, wo sie wieder einknickt und am liebsten alles hinschmeißen würde, dass sie das einfach vorantreibt. Und deswegen habe ich gespürt, dass ich da gerne nochmal ein kurzes Video machen möchte, um euch wirklich Mut zu geben. Deswegen möchte ich euch nochmal mitteilen, wie mein Lebensweg so in Etappen war. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen mit drei Geschwistern und ich war schon immer das hässliche, böse Entlein für alle Schuld. Also ich wurde wirklich körperlich und seelisch bestraft, eingeschlossen. Bis ich 18 war, war ich oft eingeschlossen, hatte Hausarrest. In der Schule wurde ich gemobbt, war Einzelgänger, wurde auch da von den Lehrern für Dinge bestraft, die ich nie gemacht habe. Ich habe sehr darunter gelitten. Mein Vater hat viel Alkohol getrunken, hat mich viel geschlagen, auch nachts, wenn er aufgestanden, wenn er heimkam und meine Mutter ihm irgendwelche Geschichten erzählt hat, die ich nie gemacht habe. Weil sie, ja, aus welchen Gründen auch immer, hat sie das gebraucht, ihm einfach Geschichten zu erzählen, die ich nie gemacht habe. Und dafür hat er mich geschlagen. In seinem Suf natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wie das abging. Meine Mutter hat mich auch sehr geschlagen, sie war eifersüchtig auf mich, deswegen wollte sie eben, dass mein Vater mich auch mit Hassaugen sieht, aber er war so ambivalent. Ein Teil in ihm war, dass er mich geliebt hat und auch immer gesagt hat, du bist anders wie die anderen, dass er mich mag. Aber auf der anderen Seite hat er mich eben auch sehr bestraft. Und auch da war die Ambivalenz. Ich wusste nie, wo ich dran bin. Immer das Gefühl, wann kommt der nächste Schlag. Immer diese Halb-Acht-Stellung. Ich musste Klamotten anziehen, wo andere Eltern weggeschmissen haben, in den gelben Säcken. Die musste ich tragen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Kinder das gesehen haben in der Schule oder die Jugendlichen, wie ich ausgelacht worden bin. Es ist unglaublich. Und dann geht es weiter mit Mobbing, mit der Arbeit. Dann ziehst du mit 18 aus und denkst, du machst dein eigenes Lebenswert besser. Nein, du nimmst alles mit. Katastrophalen Missbrauch erlebt. Auch vom eigenen Onkel. Und ich war ja angeblich dann selber schuld, wenn du mit 4 missbraucht wirst und so weiter. Wisst ihr, ich erzähle euch jetzt nicht, um Mitleid zu erregen, sondern damit ihr seht, Mensch, die Frau hat es erlebt. Die Sabine Michelle hat, die weiß, wovon sie spricht. Und die hat es auch geschafft. Ich war alleinerziehend. Niemand war für mich da. Mit meinen Geschwistern habe ich auch keinen Kontakt mehr. Ich habe es immer probiert, aber es hat nichts gebracht. Immer war ich diejenige, die den Schritt gemacht hat. Und irgendwann musste ich da mal feststellen, auf meinem Heilungsweg, das hat keinen Wert. Mobbing war jahrzehntelang mein Thema bei der Arbeit. Neid war eine große Rolle in meinem Leben. Mit dem Karl, die Geschichte, wisst ihr 18 Jahre lang on off, wie er mich behandelt hat. Er hat es nicht mit Absicht getan, keine Frage. Er hat Ängste gehabt. Er konnte seine Gefühle nicht zeigen. Weiß ich alles. Ist auch alles in Ordnung. Aber trotzdem, wenn du das durchlebst und mitmachst, fragst du dich ja manchmal wirklich. Ich hatte letztes Video gemacht, steht da wirklich, behandelt mich wie SCHEI, Pünktchen, Pünktchen, E. Ihr wisst, was ich meine. Ich war immer anders wie die anderen. Ich habe mich immer so gefühlt, wie wenn ich gar nicht in die Welt hinein gehöre. Ich hatte kein Geld. Ich war ganz unten. Aber ich habe immer gespürt, ich muss, ich will weiterkommen. Ich habe immer gespürt, da ist was. Ich habe immer gespürt als Kind schon, ich möchte Menschen auf den Weg bringen, Weg begleiten. Ich wusste zwar nie wie, aber das gehört alles dazu. Ich wurde geführt. Und es ging nur, weil ich gespürt habe, dass ich weitergehe. Der liebe Gott war für mich ein Begleiter. Als Kind habe ich ihn schon in meinem Leben gehabt. Und das war mein Halt. Das war mir aber nicht bewusst. Dann habe ich ihn aber irgendwann in die Tonne geklopft, weil ich gedacht habe, du bist ja gar nicht für mich da. Sonst würde ich das ja gar nicht erleben. Ich bin mit 15 abgehauen von zu Hause und war in Szenen verwickelt. Zum Glück habe ich nie Drogen genommen. Da wurde ich beschützt. Ich habe monatelang bei jemandem, jemand hat mich aufgenommen, da habe ich monatelang unterm Bett gelegen tagsüber, weil er im betreuten Wohnen war und es durfte nicht rauskommen. Ich musste dringend Pipi machen. Ich durfte nicht raus. Ich habe Ängste durchstanden. Unterm Bett, wenn jemand geguckt hat und das Zimmer kontrolliert hat, wenn eben, Christian hat er geheißen zu der Zeit, danke nochmal, der hat mich wirklich liebevoll aufgenommen. Aber es war klar, ich musste tagsüber unterm Bett verweilen, weil nie klar war, wann kommt jemand und guckt sein Zimmer an, ob es ordentlich ist. Es hat nie jemand unter das Bett geguckt, sonst hätten sie mich entdeckt. Wisst ihr, ich kann heute drüber reden oder schon lange drüber reden. Und ich hatte Höllenängste, Panikattacken, ich hatte Ängste. Und die Bulimie, meine ganzen Süchte, die ich hatte, haben mich zu dieser Zeit gerettet, weil das war so ein Freund, auch ein Stück ein Begleiter. Das hört sich vielleicht blöd an, aber Menschen, die weiter sind, die wissen das. Auch jede Sucht will ja was sagen. Und zu der Zeit war einfach, das ist ein Trost für mich, diese Bulimie zu haben. Ja, ich habe geklaut in den Läden, damit ich mir das Zeug überhaupt zusammenkratzen konnte in meiner Jugendzeit. Ja, da hatte ich mir die Süßigkeiten und alles geklaut. Wurde natürlich dann auch mal erwischt, aber das hat auch dazu gehört. Wisst ihr, ich könnte noch so viel erzählen. Dieses Weggestoßenwerden von der eigenen Familie. Dieses Du bist für alle schuld. Mobbing, der Neid. Kein Geld zu haben, aber dann doch zu spüren. Ich habe immer gespürt, ich will. Und ich habe es ja geschafft. Und das ist das, was ich euch mitteilen möchte. Bleibt, bleibt auf euer, vertraut drauf. Wenn ihr wirklich wollt, ihr kommt da raus aus allem. Wenn ihr eine Sucht habt. Ich hatte eben eine Kundin mit extremen Hautproblemen. Die Haut reagiert. Und sie hat mir auch gesagt, ich habe vieles schulisch probiert mit Cremes und was weiß ich. Das ist alles gut und recht, aber die ganzen Cremes oder alles, was im Außen draufkommt oder Tabletten. Alles, was im Außen weg soll, um den Schmerz nicht zu fühlen. Das ist eine kurze Linderung, vielleicht. Aber wenn ganz tief unten Wunden sind, dann nützt auch, dann nützt, erwartet mal kurz, es hat geklingelt. Ich komme sofort. Wenn wieder da, dann nützt es alles nichts. Weil wenn ganz tief, ich erwähne das auch und so, das ist mir so wichtig und bitte verdrängt nichts. Weil ich sage immer so, wenn ganz unten die Erde, die Kindheit, so viel war, das ist in uns ja drin, in den Zellen, das ist in uns. Und wenn ihr jetzt meint, ach, ich ziehe jetzt mal weg oder ich gehe mal ein paar Wochen Urlaub und entspanne mal. Ach, dann habt ihr zwar für kurze Momente gute Gefühle, aber trotzdem kommt es wieder. Es kommt. Und es ist, wenn auf einer alten Erde was Neues gepflanzt werden soll, sei es eine neue Beziehung, ach, der war jetzt nicht gut, der hat mich verletzt und ich habe es nicht aufgearbeitet und kommt da wieder der Neue. Irgendwann geht es da wieder weiter. Aber solange die ganze alte Erde nicht rausgepult ist, raus ist, kann nichts Neues entstehen. Das heißt, wenn auf einer alten Erde eine neue Erde kommt, das wächst vielleicht mal kurz, aber die alte Erde ist trotzdem noch da. Es muss kaputt gehen. Deswegen ist es so wichtig und das habe ich schon immer gespürt. Ich habe immer gespürt, es muss alles raus. Ich will heilen. Ich will alles aus mir raus. Ich habe noch so viel vor im Leben. Ich habe immer gewusst, ich möchte. Und nochmal zum lieben Gott. Eben, ich habe ihn dann irgendwann mal mit 15 in die Tonne geklopft, glaube ich. Oder mit 18, ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich gedacht habe, du bist ja nie da. Und auf dem Weg mit dem Kahl habe ich immer mehr gespürt, doch Gott war da. Er hat mich getragen. Er hat mich getragen. Er hat mich getragen. Und er war immer da. Und jetzt ist er ja auch in meinem Leben. Jesus ist in meinem Leben. Er ist da. Und wir werden getragen und wir werden geschützt. Wir müssen nur um Hilfe bitten und die kleinen Dinge auch sehen. Ich war in Phasen, wo ich so weit unten war, wirklich, ich wollte ja nicht mehr. Aber ich habe irgendwann gespürt, die Dankbarkeit jeden Tag. Und wenn es nur kleine Dinge sind. Ich hatte Phasen, wo ich mich dann nur gefreut habe, einen Vogel switchern zu hören. Wow, da lebt was. Da ist was lebendig. Das sind so kleine Dinge. Und es wird immer mehr. In die Dankbarkeit zu gehen und wirklich dran zu bleiben. Wenn ihr euch, wenn ihr wirklich mal ehrlich seid, viele sagen, ja, ich habe kein Geld. Ja, ich hatte Tausende, Abertausende, Zehntausende von D-Mark ausgegeben, auch Euros, um in meine Heilung zu gehen. Vieles war natürlich Schrott, das weiß ich. Aber es hat alles dazugehört. Aber ich habe viel investiert. Ich habe viel gegeben. Ich habe viel getan. Und das Geld kommt. Für mich kam es. Ich bin putzen gegangen. Ich habe viel gemacht. Und so kam die Fühle auch dann, dass ich mehr Geld mit der Arbeit verdient habe. Weil ich mir den Wert immer mehr gefunden habe. Und deswegen, es kommt alles. Ihr müsst dran vertrauen. Und wenn ihr ganz ehrlich seid. Ich habe ja früher auch geraucht mit dem Schloh. Das Geld war ja schon da. Ich habe es am Anfang ja auch in Zigaretten investiert. Und mit der Zeit, das sind alles Puzzleteile, habe ich erkannt. Stopp. Ich muss auch in mich investieren. Und ich habe es immer mehr getan. Ja, also es war immer so beides. Ein Teil war auch in Phasen. Ich habe nichts. Ich kann ja. Wie soll das kommen? Ich will aber weiter. Aber im Gelbmoment habe ich gewusst, du kannst. Ja. In was investierst du eigentlich? Ja. Ich musste mir dann eingestehen. Auch in Klamotten. Ja, alles klar. Aber ich habe mir nie einen Urlaub gegönnt. Weil ich immer gewusst habe, ich renne weg. Das habe ich immer gewusst. Und dieses Geld war da, um in meine Heilung zu investieren. Und wenn ihr ehrlich seid, das Geld ist letztendlich ja schon da. Es ist die Frage, die Priorität. Oh mein Gott. Um das geht es. Und auch wenn es vereinzelt welche sagen, ja, aber ich habe wirklich nichts. Dann glaub dran, das Geld kommt, wenn du dich heilen willst. Wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Und deswegen ist mein Weg. Heute weiß ich, ich musste diesen schmerzvollen Leid von Weg gehen. Damit ich euch die Abkürzung geben kann. Ich kann euch mitnehmen. Ich kann mitfühlen. Ich kann euch verstehen. Ich bin den Weg gegangen. Und da ist es jetzt egal, ob Gefühlskläre, ob es um die Liebe geht. Es geht um alles. Es geht um den Beruf. Es geht um alles. Auch wenn du jetzt das Video anguckst und sagst, ich bin jetzt in keiner Liebeskummer. Ich habe keinen Liebeskummer, aber trotzdem spüre ich, in meinem Leben ist viel Leid. Ich bin immer die Schuldige oder nie geht was voran. Bleib dran. Investier in dich. Mach Seelenbotschaften oder die Verschritteanleitung oder Buchblockratenlösung. Wir kommen dem auf die Schliche. Das muss nicht immer darum gehen, dass es Probleme jetzt mit dem Partner ist oder ein Liebesproblem ist. Es kann auch wirklich Arbeitsprobleme sein. Es gibt Probleme mit den Kindern. Die spiegeln euch auch was. Guckt hin, die sagen euch was. Ich war alleinerziehend mit meiner Tochter. Ich habe viel auch falsch gemacht. Ich habe viel darunter gelitten. Irgendwann musste ich sagen, ich konnte es nicht besser. Aber das gehört alles dazu zur Aufarbeitung. Ihr seid Vorbild für eure Kinder. Und jetzt prüft mal nach, wenn du ein Kind hast. Bist du für dein Kind da oder machst du das Gleiche, was du erlebt hast? Indirekt gibst du deinem Kind das Gleiche. Weiter. Und, und, und. Ich habe meine Tochter zwar nie geschlagen, aber ich habe sie verbal geschlagen. Ich habe sie verbal nicht geachtet, nicht geehrt, vernachlässigt. Versteht ihr? Und so weiter und so fort. Deswegen, ich möchte euch Mut machen. Ich habe es aus der Misere auch rausgeschafft. Und ihr schafft es auch. Mit Jesus Hilfe, mit Gottes Hilfe habe ich es geschafft. Und er hat mir die Wege gegeben. Und wenn du jetzt zu meinem Video geführt worden bist, dann schau, was ich anbiete. Das hat einen Grund. Nimm es dankend an. Und ich habe es geschafft, aus all meinen Süchten mich zu heilen, zu befreien, zu wissen, mein Wert, zu wissen, was ich wert bin. Ich brauche keine Beziehung mehr, wo einfach nur Leid ist, wo Kampf ist, wo ich immer kämpfen muss. Sondern es darf auch liebevoll und harmonisch sein. Es darf in Beziehung gehen. Und ich werde auch mal ein Video machen, was Beziehung wirklich heißt. Von einem Ich. Ich und Du kannst so ein Wir werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Mir war es wichtig, euch in dem Video mitzuteilen. Und ich habe noch lange nicht alles erzählt. Um Gottes Willen. Das ist ein Teil von dem, was ich noch erlebt habe. Aber ich finde, es reicht schon. Ich war immer alleine. Alleine. Heute weiß ich, letztendlich war ich all eins. Da gehört so viel dazu. Doch mit dem Video will ich euch Mut machen. Ihr schafft es auch. Ich war gemobbt von jedem Beruf an. Und ich habe es raus geschafft, mich zu finden. Und wo ich das geschafft habe, war klar, meine Berufung steht an. Und jetzt bin ich da. Klar, ich könnte euch, wenn ihr meine Videos verfolgt, wisst ihr ja auch, wie ich zu den Beruf, zu meiner Berufen gefunden habe. Und, und, und. Es gehört alles dazu. Aber das Video war mir wichtig, dass ihr wisst, ich war das hässliche Entlein. Ich war die Blöde. Ich war auch, ich war wirklich hässlich als Jugendliche. Kein Mann hat mich wollen. Ich war neidisch auf andere in meiner Klasse, die so schön waren. Obwohl neidisch nicht, sondern ich hätte es auch gern gehabt. Ich wollte, dass die Männer, die Jungs auch den Kopf nach mir drehen. Aber ich war hässlich. Ja klar, mit Klamotten aus dem Kleidersack. Kurze Haare. Meine Mutter hat mir die Haare immer ganz kurz gestimmt. Der Pony war da oben. Mein Gott, fürchterlich. Aber, ja, sie war, ist wieder eine andere Geschichte. Ich habe ihr ja vergeben und verziehen. Und sie ist ja in meinen Arm eingeschlafen, gestorben vor drei Jahren und, und, und. Es gibt so viel zu erzählen. Wichtig. Vertraut. Glaubt an euch. Geht euren Weg. Ihr schafft es auch, wenn ihr wollt. Mit Gottes Hilfe. Mit meiner Unterstützung. Ich habe euch lieb. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Abonniert mich. Teilt das Video weiter. Es geht. Es geht. Hab euch lieb. Eure Sabine Michelle. Hier.